Vorsicht, da kommt einer zu dir hochgerannt, glaube ich. Ach was. Hier ist ein Knappen. Und auch was. Hm. Das ist nett, ne? Diese Körper. Doch. Kellen scheint nicht mehr an uns dann zu sein. Wie Leid. Oder sehen Sie? Oh oh, oh oh, oh oh oh, bodden Sie�심, bodden Sie Status. Was ist today? Was ist wahr? Lied ich weiß nicht was sie abwerten es gibt mich halt Interesse rein interessieren und von dem auch Rüstungsteil bekommen aber dann kommen auch schon wieder Vokanten angebracht also wir werden weiter 1,2,3,4,5,6,7 ACHT ACHT die Schwierigkeit sieht ein bisschen an mit Schwierigkeiten aber unsere letzte Begegnung mit den Krokodilen war alles andere als erfreulich und auch vor allem alles andere als erfolgreich richtig ich habe kein Wildschwein oder ein Waschbeer gesehen das frustriert mich doch ein bisschen ja vielleicht müssen wir wirklich weiter hoch hoch die Scheißviecher siehst du nicht die waren ja zumindest in irgendeiner früheren Version mal ziemlich overpowered so dass sie einen mit einem Bestia getötet haben ich hoffe dass das nicht mehr so davon ist wieder eins die läuft direkt darauf ja hier davon machen wir auch mal vorsicht trifft euch das? nein headshot ich habe keine Ahnung wieviel Treffer das Ding aushält sind wir da? wo bist du denn? ja also ich stell dem jetzt nicht nach nein das ist mir ein bisschen zu riskant aber da müssen wir echt aufpassen die Mutanten sind wieder hinter uns her da hinten sieht man sie die sind jetzt am Dorf vorbei siehst du sie? siehst du sie? oh oh das klingt auch nicht sehr erfreut wir haben uns ja eine lustige Situation manövriert ja auch nur eins ja müssen wir aufpassen dass sie uns hier nicht einkesseln weil wir jetzt hinter uns sind wir sind nämlich jetzt zwischen zwei Gruppen auf der einen Seite haben wir die Arschlöcher da vorne die oh oh hinter uns ja ja und hinter uns ist auch schon wieder so ein Sackgesicht nur einer ja lass uns versuchen zu der Hülle zu kommen oder das ist unsere beste Chance will ich fast sagen ja 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 dann sind wir erstmal hier weg sonst wären wir die nicht los am Ende gehen wir da noch drauf ja 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 ist ja gut komm weißt du wo wir hier sind? glaub ich nicht mehr her? hm? ja 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 der ist auch ein Baum ich würd ja unglaublich gern mal einen Baum fällen auf dem seiner drauf sitzt eben hätte ich fast die Chance dazu gehabt da ist ein Wildschwein wo? hier ja 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 das hat mich eingegriffen echt echt? echt? schön also nicht dass es sich angegriffen hat aber doch ohne ja 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 So, irgendwo hier oben müsste ein Eingang sein. Es ist ja von einer Waterfall Cave die Rede, kann es sein, dass die irgendwo auch ein Eingang ist bei so einem Wasserfall, ich weiß ja nicht, wie groß der Wasserfall gemeint ist. Das kann sein, ja. Hier geblieben! Wo ich bin hier im Dorf, ist ja häufiger noch ein Eingang, da ist auf jeden Fall Klopf. Du bist schon da, ja. Aber da war ein Spiel sonst, deswegen bin ich noch weiter verstanden. Oh, hier kommt es denn da hin. Hier ist ja nur ein Lehrer. Oh, okay. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Oh, cool. Ziehen. Hell. Das ist jetzt schon mal ein... Was kann ich mit dem Hasberry angehen? Ein Zeugner. Ah, es flammen hier etwa, ah ok. Das muss man bei so einem Bekanntenanfobis mit Hassbären sitzen. Der Oberhalt, der weiß. Kann sein, dass ich kurz den Anruf wieder los...